Wie angekündigt haben wir heute einiges vor. Wir wollen unter anderem den Schrank ein bisschen füllen, denn ich will mir heute das Scarlet Spider Kostüm holen, was ein Unlockable im Spiel ist und ich zeige euch, wo wir das Ganze kriegen. Erstmal sprechen wir jetzt mit Kurt Connors und gucken mal, ob er uns ein bisschen mehr zu erzählen hat. Uns läuft die Zeit davon. Beeilung, Peter. Du bist der Einzige, der mich sieht und nicht die Echse. Ja, viel zu erzählen hatte er uns nicht. Gut, dann verlassen wir mal unser Gebäude. Ab zur Stadt und mal gucken, sind wir jetzt noch in Kapitel 3 oder sind wir schon in Kapitel 4? Wir sind in Kapitel 4, der Reiz der Jagd und wir sehen es jetzt hier. Connors braucht noch eine Komplimente, um das Serum fertigzustellen. Die DNA-Probe, eine Artenkreuzung, die aus dem Oscorp-Labor ausgebrochen ist. Kinder spielt Spidey. Ja, also entweder jagen wir jetzt Mole-Man, wir jagen den Skorpion. Werden wir sehen. Aber erst mal, und ich hoffe, wir kommen jetzt wirklich ins freie Spiel, steuern wir jetzt den Central Park an, denn da können wir, wie gesagt, dieses Scarlet-Spider-Kostüm uns schnappen. Und da freue ich mich extrem drauf. Wir brauchen DNA der Quelle für das Heilmittel. Das Ding wollte in die Kanalisation, als ich es zuletzt gesehen habe. Mach weiter, dann esse ich dein Gesicht. Du musst wieder in die Anstalt. Tut mir leid. Ja, scheinbar spielen wir erst mal Taxi, denn wir müssen hier einen Patienten. Wie kommt der überhaupt aufs Dach? Also, kurios. Tut mir leid. Du musst zurück nach Beloit. Der Traum geht weiter. Entwickelt sich. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal... Hast du was gesagt? Also, äh, okay. 10, 20. Möglicher Diebstahl gemeldet. Over. Diese Hunde müssen zurück in den Zwinger. Höchstens bringst du sie zurück. Ich habe dich hier nicht gesehen. Geh jetzt. Was soll ich sagen? Wir müssen auf sie aufpassen. So, also einen der entflohen haben wir gefangen. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hier irgendwo müssen wir hin. Ich habe mir jetzt dummerweise auch nicht nebenbei die Map aufgemacht, um zu schauen, wo das genau ist, die Stelle. Ähm, ich glaube, hier war es. Gucken wir mal. Das ist auf jeden Fall so eine Unterführung. Ich habe da schon mal geguckt. Ähm, was halt interessant ist. Und Scarlet Spider ist momentan echt... Äh, ich habe was echt Gutes. Ich habe ein geheimnis Labor in der Nähe gefunden. Gehört es zu Oscorp oder ist es Teil von Alice, das weiß, Geheimplan? Die wäre gut zu wissen. Ich habe nur die Koordinaten, aber es scheint etwas zu enthalten, das nützlich für dich sein könnte. Natürlich ist es schwer bewacht. Viel Glück. Ah, danke für den Tipp. Äh, ich werde der Sache nachgehen. Ja, hier wird nur noch ständig reingequatscht, wenn ich das erzählen will. Ähm, Scarlet Spider ist ja ein Charakter, der damals entstanden ist, quasi in der... Ups. Während der ganzen Klon-Story, die damals ja... Naja, mehr schlechter als recht war. Äh, damals der erste Scarlet Spider hat Ben Reilly. Danach halt, ähm... Oh, der aktuelle ist halt Cain, der halt auch ein, ähm, Klon von Peter Parker war und, ähm, die aktuellen Scarlet Spider-Comics sind extrem gut. So, jetzt sehen wir, an irgendeiner Wand hier müsste eigentlich ein Symbol sein. Da, genau, da sehen wir es. Davon machen wir jetzt, ups, ein Foto. Zoomen wir mal rein. Ja, wir sehen's, Scarlet Spider 2012 freigeschaltet. Foto speichern. Und jetzt müsste in der Regel das Scarlet Spider-Kostüm, soweit ich weiß, freigeschaltet sein. Wir sehen's, Spider-Man-Anzug freigeschaltet. Der ist in unserer Bude und da setzen wir mal eben kurz den Heimatkurs zu. Also wer es nicht gesehen hat, hier, Mitte des Central Parks. So, dann mal zurück und dann werden wir... Oh ja, hier. Gewässer bringen eh nix, also außenrum. Oh, und Zeppelin da oben. Äh, und wie gesagt, ich... Echt großer Scarlet Spider-Fan. Gerade der aktuelle, also der Ex-Kane ist fantastisch. Und, ähm, macht ne Menge Spaß, die aktuellen Scarlet Spider-Comics zu lesen. Quasi die schrecklichen Klonkriege haben wir mittlerweile wirklich überstanden. So, setzen wir mal hier drauf und springen direkt bis vor die Tür. Passt natürlich jetzt nicht ganz zum The Amazing Spider-Man-Kinofilm, wenn ich jetzt das Kostüm von, ähm, ja, von Scarlet Spider anziehe. Aber was soll's doch, da hängt's. Sehr schön. Und, äh, wir sehen's hier, Scarlet Spider. Ach, herrlich. Und den Anzug ziehen wir jetzt mal an. So, ähm, ja, dann verlassen wir natürlich das Gebäude wieder. Na ja, und wie gesagt, also wer mal anfangen will, also die neuen Scarlet Spider-Comics wirklich fantastisch, gut geschrieben, ähm, spielen so ein bisschen nach, ähm, I Love the Spider-Man, so dieser ganzen großen Story, wo Peter Park, wo halt quasi alle Helden kurzzeitig, oh, Helden und Schurken kurzzeitig, ähm, quasi Spider-Mans Kräfte bekamen. Und das Interessante beim aktuellen, ähm, Scarlet Spider, der von Cain gespielt wird, oder Cain, ähm, ist halt einfach die Tatsache, dass er jahrelang ein Schurke war und plötzlich ist er der Gute. Und wir sehen's hier. Ach, herrlich, das Kostüm. Ah, like. So, dann gucken wir mal hier ganz kurz und schalten mal das Verbrechen aus. Ja, so ein paar Straßenverbrechen, dafür ist man sich nie zu schade. So, Zivilist gerettet. So weit, oh, mein Gott. Also die Kamera sorgt manchmal für lustige Momente. Äh, lustig, so lala. So, jetzt gucken wir mal, was war, also, was mir so ein bisschen um den Sack geht, ist das, was wir jetzt gerade im Hintergrund gehört haben, dass man die ganze Zeit, ähm, dieses 10-21-20 quasi die Polizei hört. So, jetzt mal gucken, was haben wir denn hier? Ähm, Extreme Reporter, dritte Herausforderung des Extreme Reporters an. Äh, das klingt ganz spaßig. Hier haben wir Verfolgungsjagd. Was haben wir da? Verschafft die Zugang zum Hochsicherheitslabor und holt das Prototypen-Upgrade. Ja, das sind ganz normal Delikte, also nicht ganz so spannend. Äh, ich würde fast sagen, wir machen mal diesen, auch hier haben wir eine Foto-Challenge. Ähm. Würdest du da eine Kamera, um das Gebiet nach Objekten abzusuchen, die du fotografieren kannst? Freund oder Feind? Ja, wir machen jetzt erstmal hier den Extreme Reporter. Jetzt weiß ich, was sie vorhaben. Die werden überrascht sein. Und das alles im Outfit von Scarlet Spider. Ach, und, da war ein Comic, glaube ich. Wenn ich mich nicht versch- Oh, das war eine Fahne. Nicht ganz ein Comic. Aber hier hängt doch ein Comic in der Luft, oder bin ich jetzt schon wieder grad mischugge und blind? Und das am besten noch in der Reihenfolge. Springen wir mal da hoch. Ja, ich sehe schon irgendwelche Dinge, die hier gar nicht sind. Na gut, was soll's. Dann suchen wir mal den Extrem Reporter. Ja, ich sehe schon. 10.30, Raub überfallen. Oh nein. Spider-Man. So gut wie erledigt. Du willst König der Lüfte werden? Ich habe die Herausforderung für dich. Angeblich kannst du alles, was spüren können. Jetzt kannst du's beweisen. Mach Bilder von deinen extremsten Kunststückchen bei der Wolkenkratzerantenne da drüben. Oh, ist aber da ein Parrot-Drohn. Zeig uns, was du drauf hast. Oh, sehr cool. Im Fokus bleiben. Oh, das ist natürlich richtig cool jetzt gerade. Ja, der Extrem Reporter folgt Spider-Man hier. Sehr schön. Ja, wollte ich grad auch sagen. Wahnsinnsfahrt, die Peter hier vorgibt. War gar nicht so schwer, oder? Nur weiter so. Sehr schön. Haben wir abgeschlossen die nächste Nebenakt-Mission. Oh, hier kommt jemand in der Sequenz oder was kommt jetzt noch? Ne, wir landen nur woanders. Na gut. Dann gucken wir uns jetzt mal eben hier die Fotosch... Wobei, ne, ich wollte mal hier da hinten das mit dem Auto. Ich glaub, das dürfte ein bisschen interessanter sein. In welche Richtung? Da hinten müssen wir hin. Ja, und man sieht immer zwischendurch dieses mit R1 Comic... ähm... Comic-Seiten holen, die angezeigt werden. Aber meistens reagiere ich einfach nicht so schnell, weil... Ach, na, jetzt zum Beispiel. Aber man muss ja auch erstmal finden, wo die ganzen Comic-Seiten versteckt sind. Nur angezeigt bekommen hilft noch nicht so viel. Wir sind ja auch nicht direkt über dem Boden. Naja, was soll's? Äh, um die Comic-Seiten kann man sich immer noch kümmern. Ist ja nicht das Wichtige im Spiel. So, stattdessen schwingen wir lieber ein bisschen durch die Stadt. Und gerade so diese Kamera, wie die hier gesetzt ist, so störend die auch vielleicht an manch anderer Stelle ist. Aber zumindest beim Schwingen ist die einfach fantastisch. Und da kommt echt, ja, ein Gefühl auf, als wären wir, weiß ich nicht, im Kino. So, da haben wir eine Zwischenaktion. Verkehrsdelikt. Oder, nicht Verkehrsdelikt. Ein ganz normales Delikt. So, dann springen wir immer hier rüber. Da sind wir nämlich. So, da drauf. So, wo sind sie denn? Beziehungsweise, wie halte ich sie auf? Kann ich hier einfach nach vorne springen? Spinnen das Fluchtauto ein? Ja, akrobatisch der gute Peter hier. Ja, die Reinigung bezahlt am Ende mit Sicherheit niemand. Oh, das war's schon. Oh, sehr schön. Sehr schön, wie es da oben hängt. Cool gemacht. Definitiv. Gut. Weiteres Problem behoben an der Stelle. Und, äh, ich muss jetzt gerade mal schauen, wie weit wir sind. Elf Minuten? Ja. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und beim nächsten Mal schauen, was wir da machen. Jochen, ich würde sagen, wir da kommen. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020